Hallo, schön, dass ihr wieder da seid. Ich wurde von der lieben Steffi von Steffis Kleiner Bücher Express getaggt zum Literatur-Tag und den will ich heute bei euch machen. Es ist doch nicht so spontan einfach möglich, denn es ist nicht so einfach, wie ich gedacht hatte. Ach ja, und seid nicht traurig, die wachsen wieder. Hardcover oder Taschenbuch? Das ist nicht schwer. Ich ganz klar Hardcover, weil ich es gerne habe, wenn alle meine Bücher im Regal ein Hardcover haben. Leider könnt ihr hier sehen, dass das nicht immer möglich ist bzw. ich musste dieses Buch haben, bevor es als Hardcover rauskam und jetzt habe ich den Salat. Jetzt kann ich nur noch hoffen, dass ich dieses Buch noch als Hardcover finde. Es ist schon so alt und ich bin mir gar nicht sicher, ob es das noch gibt. Amazon oder Buchhandlung? Tja, also ich bestelle gerne über Amazon, muss ich sagen, weil es einfach bequemer ist, aber ich gehe lieber in die Buchhandlung. Daher würde ich mich doch für die Buchhandlung entscheiden. Ich hatte nämlich auch vorher gar keine so richtige Buchhandlung in der Nähe und jetzt habe ich eine Lesezeichen oder Eselsohr. Oh, jetzt kriege ich, glaube ich, Hassnachrichten. Ich mache Eselsohren rein, weil es mir zu anstrengend ist, immer mit einem Lesezeichen rumzulaufen und rumzuhantieren und dann verliere ich es. Da habe ich keinen Platz, um es hinzulegen überhaupt das Ding. Und ja, ordnen nach Titel, Autor oder ungeordnet? Ich ordne sehr gerne nach Autor. Eher nicht so nach Titel und ungeordnet mag ich es auch nicht. Also ich versuche immer, so die Autoren nebeneinander zu haben und trotzdem aber die Bücher, die mir zurzeit am liebsten sind oder am hübschesten oder am zeitnahsten gelesenen, die mir gefallen haben, die sind auf Augenhöhe, so dass man sie direkt sieht. Das wären dann hier oben die ersten drei Reihen. Und ja, also Autoren stehen eigentlich eher beieinander. Geht nicht immer wegen dem Platzmangel, weil ich nur ein Bücherregal habe zurzeit, aber es kommt noch ein zweites, dann wird es ein bisschen einfacher. Ansonsten mag ich das gar nicht, wenn es irgendwie ungeordnet ist. Zwar nach Farben, es sieht zwar schön aus, aber ich glaube, so richtig was ist es dann auch nicht. Zumindest nicht für mich. Verhalten, wegwerfen oder verkaufen? Ich behalte meine Bücher natürlich. Ich werfe sie auch nicht weg, um Gottes Willen. Ich verkaufe sie aber auch nicht. Wenn dann, dann verschenke ich sie an Leute, die gerne hätten, mit denen ich gar nichts mehr anfangen kann. Das habe ich jetzt beim Umzug auch gemacht. Er hat eine komplette Kiste seinen neuen Besitzer ziemlich schnell gefunden. Schutzumschlag, Verhalten oder Wegwerfen? Gibt es echt Leute, die werfen Schutzumschläge weg? Also das schockiert mich ja jetzt schon ein bisschen. Schutzumschläge sind ja nicht nur da, um das Buch zu schützen, sondern um, naja, es, ähm, also es sieht auch noch schön aus. Leute, wer wirft denn Schutzumschläge weg? Bitte natürlich nicht. Mit oder ohne Schutzumschlag lesen? Lesen tue ich natürlich ohne Schutzumschlag, denn das stört und es macht den Schutzumschlag ganz schnell kaputt. Das musste ich ganz früh lernen damals. Kurzgeschichten oder Romane? Also ich glaube, so mit Kurzromanen kann ich nicht ganz so viel anfangen. Ich mag wirklich lieber richtige Romane, einfach dicke Bücher. Wenn mir die Geschichte nicht gefällt, will ich einfach nicht, dass es aufhört. Aufhören, wenn man müde ist oder wenn das Kapitel zu Ende ist? Ach, naja, das kommt drauf an. Wenn das Kapitel bald zu Ende ist, lese ich es auch noch zu Ende, aber wenn ich merke, dass ich mir absolut gar nichts mehr merken kann und schon gar nicht mehr weiß, was vorher überhaupt passiert ist, weil ich einfach nur noch die Wörter lese, anstatt sie zu verstehen, kennt ihr das? Dann lohnt es sich auch nicht mehr, dann mache ich es lieber zu und mache dort einen Knick rein, tut mir leid, wo ich vorher wusste, was noch passiert ist, also an das, was ich mich noch erinnern kann, weil das bleibt dann natürlich im Kopf und über Nacht. Die Nacht war dunkel und stürmisch, oder? Es war einmal. Also ich glaube ja, dass ich nicht so der Märchentyp bin, war ich früher als Kind, habe ich das sehr gemocht, ich kannte aber auch nicht viele, habe nie viele mitbekommen oder vorgelesen bekommen, aber ich glaube, heute liegt mir dann doch eher das stürmische Dunkle. So fing nämlich damals auch Tintenherz an, was ich geliebt habe als Kind, das fing so an und ich glaube, ja, das ist so die Antwort, das stimmt schon. Kaufen oder leihen? Ich habe früher sehr oft Bücher ausgeliehen, weil ich einfach nicht das Geld hatte, aber heute mache ich das nicht mehr, mag ich auch sehr, sehr ungerne, weil ich das Buch dann doch, wenn es mir wirklich gefällt, gerne zu Hause habe, im Regal einfach umzuhaben und wenn man es leiht und dann schon gelesen hat, sich dann aber noch kauft, ist mir zu viel Aufwand. Also ich habe es dann doch lieber sofort, also kaufe ich es mir auch sofort. Neu oder gebraucht? Mir ist es egal, ob Bücher gebraucht sind oder neu. Ich kaufe jetzt eigentlich schon seit einer Weile nur noch gebrauchte fast, weil die einfach günstiger sind und meistens ist an denen auch nichts mehr dran. Irgendwie was halt kaputt sein könnte oder ähnliches. Also die sind auch echt in einem guten Zustand, weil einfach die Leute aufpassen auf ihre Bücher. Und daher... Kaufentscheidung. Bestsellerliste, Rezension, Empfehlung oder Stöbern? Ach du lieber Himmel, also Rezension gucke ich mir eigentlich nur an, wenn ich das Buch auch gelesen habe, um zu wissen, wie das andere finden. Die Bestsellerlisten gucke ich eigentlich nur so aus Interesse durch, aber nicht, wenn ich ein neues Buch suche oder explizit so danach gucke. Auf Empfehlung lese ich mir die Klappentexte durch, aber ich stöber dann doch lieber einfach so und gucke, was mir gefällt und was mir in die Arme fällt. Abgeschlossenes Ende oder Cliffhanger? Das ist eine sehr gute Frage. Ich mag total Cliffhanger, aber nur, wenn danach auch noch ein weiteres Buch kommt. Wenn das das Ende einer Reihe ist und da ist ein Cliffhanger und es ist bekannt, dass schon nichts mehr kommen wird, dann finde ich das nicht mehr ganz so lustig. Also das hätte ich dann doch schon gerne abgeschlossen. Also es kommt drauf an. Morgens, mittags, abends oder nachts lesen? Also morgens lese ich eigentlich, wenn ich Zeit habe, also wenn ich frei habe, mittags eher weniger. Es sei denn, es fesselt mich so, dass ich nicht mehr aufhören kann. Dann lese ich aber auch abends und nachts durch praktisch. Ich lese eher abends bis nachts und am nächsten Morgen weiter. Mittags habe ich dann eine Auszeit und dann geht's wieder los. Einzelband oder Serie? Ich muss ja sagen, es gibt in letzter Zeit sehr wenig Einzelbände oder kommt mir das nur so vor? Ich weiß schon gar nicht, wie ich welche finden so richtig, die keine Reihe sind. Ich würde nämlich gerne wieder Einzelbände lesen. Aber ich habe Reihen auch sehr gerne und deswegen lese ich auch nur Reihen und beschränke mich nicht nur auf die Einzelbände. Meistens ist es dann wieder eine Reihe, wenn ich ein neues Buch anfange und ich habe nur Reihen, die ich angefangen habe. Einzelband, wann habe ich zuletzt ein Einzelband gelesen? Ich kann mich nicht mehr erinnern. Ich glaube, das wäre dann Bird Box, obwohl auch da nicht bekannt war, ob da nicht noch was kommt. Also erinnere ich mich an 28 Tage lang von David Saphir. Ich glaube, das wäre so das Letzte, was ich gelesen habe als Einzelbände. Ich bin mir nicht sicher, aber das ist mir noch im Kopf geblieben und schade eigentlich, dass es so wenig gibt. Lieblingsreihe? Lieblingsreihe. Ja, das ist eine sehr schwierige Frage, denn ich habe einige. Ich könnte euch hier in meinem Bücherregal beispielsweise von Carrick O'Brien die Reihe zeigen. Da habe ich aber eigentlich auch nur die Hälfte von gelesen, aber sie gefällt mir so gut, dass es eigentlich so eine der besten ist, die ich so gelesen habe. Hier zum Beispiel eine ganz alte Reihe von ganz, ganz, ganz früher. Die Elfen von Bernhard Hennen. Sehr, sehr cool. Habe ich super gerne gelesen. Ansonsten gäbe es da noch ein paar, die ich nur als E-Book leider gelesen habe auf meinem Kindle. Deshalb blende ich sie euch einfach mal so ein. Einmal wäre das die Clockwork-Reihe von Cassandra Clare. Wunder, wundervoll. Die habe ich aber nach den Chroniken der Unterwelt gelesen, auch von Cassandra Clare. Und da gibt es so coole Zusammenhänge einfach. Das ist der Hammer. Und was hätten wir noch? Selection zum Beispiel. Ja, das so. Also das mag ich sehr gerne so in die Richtung. Es gibt jetzt auch immer, immer mehr Bücher in die Richtung. Lieblingsbuch, das keiner kennt? Ähm, also was keiner kennt, ist so eine Sache. Ich weiß nicht, was damit gemeint ist. Ob das jetzt wirklich niemand kennt, dieses Buch. Oder ob es einfach ein Geheimnis von mir sein soll. Ich könnte euch eins zeigen, bei dem ich zumindest das Gefühl habe, dass es keiner kennt. Aber es wissen schon viele. Und zwar habe ich es mir bestellt. Leider kam es als Taschenbuch an und nicht als Habcover, wie ich es wollte. Dankeschön, Medimops. Das wäre Stephen King, das Mädchen. Ein super geniales Buch, wie ich damals fand. Ich habe es jetzt noch nicht nochmal gelesen. Aber ich glaube immer noch, dass es sehr gut ist. Und es war einfach jahrelang mein Lieblingsbuch. Und deshalb könnte ich euch das hier zeigen. Lieblingsbuch vom letzten Jahr? Oh Mann, das sind Fragen. Das Problem ist ja auch, ich habe ja eben schon gesagt, dass ich nur Reihen habe sozusagen und kaum Einzelwände. Daher ist ein Lieblingsbuch ein bisschen schwierig zu beantworten. Ich könnte euch wieder die Reihe von Selection hier zeigen. Ich könnte euch aber auch die Reihe von Lauren Oliver Delirium hier zeigen. Sucht's euch aus. Es ist schwierig. Und ich habe eigentlich nicht so richtig... Es gibt viele Bücher, die ich über das Jahr gelesen habe. Und je nach Stimmung und Laune und wie es mir ging, hat jedes perfekt eigentlich gepasst. Weil ich danach auch meine Bücher aussuche. Und daher kann ich das eigentlich so gar nicht sagen. Lieblingsbuch vom letzten Jahr. Welches Buch liest du derzeit? Ich lese zurzeit dieses hier. Den letzten dritten Band von Jodie Meadows, das Mär der Seelen. Nur eine Nacht. Das habe ich auch schon so 20% durch. Ich weiß nicht, ob ich euch dieses Eselsohr zeigen soll. Ich glaube nicht, sonst weint noch jemand. Deshalb sage ich es euch einfach. Absolutes Lieblingsbuch aller Zeiten. Und da wären wir schon wieder bei so einer grandiosen Frage, die für mich sehr schlecht zu beantworten ist. Ich zeige euch einfach das hier nochmal. Es war jahrelang mein Lieblingsbuch. Und ich werde es jetzt auch mal bald nochmal lesen und dann weiß ich es nochmal genauer. Es ist als Taschenbuch echt dünn, muss ich sagen. Das kann gar nicht sein. Als Hardcover ist es einfach mal doppelt zu dick. Oh! Hier ist ein Eselsohr drin. Oh mein Gott! Sieht man das? Das ist schon so fest. Aber genauso könnte ich auch Cassandra Claires Chroniken der Unterwelt zeigen. Ich könnte dafür stellvertretend Band 1 zeigen. Und das ist genau so eine Sache. Das ist nämlich der Auftakt zu einer Reihe, die ich immer noch so so unglaublich genial und toll finde. Dass ich sie einfach direkt nochmal lesen könnte. Ich will unbedingt, dass diese Serie bald rauskommt. Ihr wisst davon, oder? Lieblingsauto? Heute haben wir es aber mit diesen Fragen. Ähm, ja, nee. Ich könnte Stephen King nennen. Ich könnte Cassandra Claires nennen. Ich könnte Kiara Cass nennen. Kai Meier unter Umständen auch noch. Wobei seine neueren Bücher dann doch eher nicht mehr was für mich sind. Habe ich festgestellt. Leider. Jetzt würde ich gerne noch jemanden taggen dazu. Weil der Tag schon recht interessant ist. Nein, ich finde den echt ziemlich cool. Sonst würde ich den ja wohl kaum machen. Und ich bin mir gar nicht sicher, wer den noch nicht gemacht hat. Und ich habe jetzt mal ein bisschen durchgeguckt in meinem Handy. Aber so sicher bin ich mir jetzt nicht. Und ich weiß auch nicht, wer von den Menschen dann jetzt noch dieses Video sehen wird. Aber ich versuche es einfach mal. Ich habe mich an meinem letzten Tag gehalten. An den Kommentaren, die unten drunter standen. Die Leute haben es gesehen. Die werden ja wohl hoffentlich nochmal reinschalten. Da hätte ich zum einen Winky Books. Jemanden, von dem ich nicht gedacht hätte, dass er meine Videos guckt. Sie. Nämlich. Kokuri Ruby. Wie spricht man dich aus? Leute. Dähnchens Bücherwelt. Und die liebe Vilja. Das bedeutet, dass wir jetzt schon am Ende sind. Das Video ist rum. Es ist vorbei. Es ist vielleicht ein bisschen zu lang geworden. Wer jetzt noch dran ist. Herzlichen Glückwunsch. Du bist super. Und als Belohnung darfst du jetzt in eines von meinen letzten beiden Videos hier rechts klicken. Einmal wäre das hier oben also Jennifer L. Armentrout's Opal. Ein super geniales Buch. Und Jodie Meadows' das Mäh der Seelen Teil 2. Nur eine Liebe. Das hat leider nur ein 3,5 bis 4 bekommen. Aber vielleicht interessiert es dich ja auch warum. Und damit freue ich mich aufs nächste Mal mit euch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.